Was? Ich bin direkt tot? Ja! Du bist verarschend? Wie wirst du gerade gestorben? Du bist in mich reingespawned! Alter im Arsch! Ich bin ja so flass! Das ist der geilste Anfang ever! Einfach mal! Wir kommen zurück zu einem Spiel D! 3-4-D zu... Terraria! Ich spiele jetzt ungefähr 3 Tage oder so, nein... Ungefähr 2 Wochen oder 3 Wochen, dann sind wir eigentlich Ferien, dann wird die vierte Aufnahmesession gestartet. Dann geht's vor die Party ab hier. So, waren wir? Jawohl! Ich muss gerade mal überlegen, was machen wir denn? Was haben wir gerade gemacht? Was mache ich hier? Nein, ich war auf jeden Fall unser letzter Partys Erkundungstour. Erst mal was trinken. Also wir waren irgendwo unterirdisch, schätze ich mal. Oder? Ne! Und unterirdisch waren wir. Ich war überirdisch! Überirdisch gut! Ah! Ich bin geil! Adoptier mich! Ähm... was ist hier mit dem Sound? Adoptier mich, Matthias! Ich will... Oh! Schöne Musik! Ha! Ah mein... ah mein Hals tut weh! Ich krieg Hauptschlagade, alles klar! Mein Hals tut weh, ich krieg Kopfschmerzen! Alright, ne... also... Baum fällt! Ey, hallo! Das machst du halt mit Absicht! Schlagst du mit dem Zombie-Arm, Alter! Hör mal auf, zisch, 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 zisch an! Alter, guck mich mal an, ich bin schon Zombie selber! Ne, ich bin ja Vampir! Ich bin Edward! Edward! Ey, warte! Ach ja, ich kann den Genten, äh... Genten, genau! Und den Wänden so! Ich kann den Wänden! Äh, ja, was machen wir denn jetzt? Dimm, 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 dimm! Wir müssen uns runterbuddeln! DIRTH! Wir buddeln uns einfach irgendwo runter! Und dann werden wir ja schon Atlantis für einen Moment! Alter, wie viel Scham macht die Scheiße! Scheiße! Ich traf gar nichts! Was machst du? Ich bin hier gerade was am Bauen! Hey, das war nicht! Das war der Slime! Hi Schnauze! So, los geht's! Cheeeeee! Urg! Hilf mir jetzt mal! Ich hab keine Lust die Zehn Jahre zu brauchen! Ja, Moment... Aaouuh... Ich mach rechts! Ich? Der wehr schon links! Da ist unsere Taktik! Da haben wir mal Nuden�licher komplett nach ganz unten gebaut! Die employerische Slime? Ich werde nicht wissen, was das ist! 兴�et faktisch! gently Yes! Uuuuh! Die Bine performance! Wie im Uhrwerk! Zack 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 Zack... Oh ne, da kam noch was... So, ich seh nix! Ja. Ah, halt die Fresse! Halt die Fresse! Platz! Gasp! Irgendwo Platz sein! Ja! Ich platz! Ich weiß dagegen! Äh, ich weiß ein bisschen... Warte mal! Hab ich noch einen Strahlentrank? Hast du einen Strahlentrank? Muss mal gucken! Ja, was? Ja, Wasser aus Japan! Ist doch klar! Pfff! Äh, ja, zwei Stück! Ah, scheiße, jetzt hab ich zwei weggeworfen! Ja, trink einfach nur einen... Achso. Ah ne, warte mal einen Moment! Drink, trink, trink... Trink, trink... Trink aber nicht! Jaa, schon klar! Das ist ja erst doppelste Verschwendung! Weiß doch richtig, Alter! Ich bin doch nicht blöd... Jajajajajjje... Sooo... Eine Pause! Oh nein! Nein, also sterb ich hier! Was meinen, weiter? Eh! Naah... Ich krieg nichts mit Kupformünzen, Alter! Ok, weiter... Ich bin mega gut gelaunt, wenn wir jetzt Fähren anfangen haben, dann willst du richtig geile Sessions starten. Hey, rechts ist sowas. Hey, links. Links, 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 was? Ich hab nur rechts, links Schwäche, sorry. Ich hab gleich links drei. Oh, da sind wir hier. Ist das Atlantis? Es ist wirklich Atlantis! Krieg ich das oder du? Auch abwechslend. Ich weil ich aufnehmen. Das ist ein Lebenskristall. Ach du mal, eine ganz gespatte Umrecht auf dem Leben und ooooh. 20 HP mehr. Jaaaa. Das gibt es 300. Das gleiche geht auch mit Mana. Also Mana brauchen wir bei späteren Waffen. Aber das macht man mit 5 Sternschnuppen. Sternschnuppchen. Hey, wie das aussieht. Also du da mit zwei gleichzeitig rantierst. Na klar, hämmer doch. Google hämmer doch. Google hämmer doch. Google hämmer doch einfach mal. Für alle Leute, die das jetzt gucken. Wir werden gerne mal wissen, was da passiert. Gib mal bitte bei Google, Google hämmer ein. Nein. Gib das ein. Oh mein Gott. Dann werden wir übersehen, was da passiert. Ist das Wasser? Es ist Wasser! Nein! Wir werden sterben. Wir werden sterben. Nein, wir werden wirklich sterben. Oh. Wir werden sterben. Wir überleben und sterben trotzdem. Hallo. Matthias, der Mann, der hat Seil immer dabei. Nein, du hast den Oll. Ah, ah 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 ah. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja ähm... ... dann war es für einen. Danach liegt der bei Strom. Dann liegt der bei Strom. Dann liegt der Sturm. Dann liegt der Sturm. Dann liegt der Sturm! Dann liegt der Sturm! Dann liegt der Sturm! Dann liegt der Sturm! Dann bist du! Ja, ich schlau. Ich glaub ich trinke auch mal so einen Strahlentrank, weil es irgendwie jetzt... Ja, wir brauchen erstmal ein Gold, damit wir diesen Penner freischalten. Du weißt schon, wie ich meine. Wie tun wir nochmal den Penner freischalten? Den Händler, der uns dann diesen Helm gibt. Du hast gespoilert. Hä, der kommt doch ganz normal. Der kommt dafür so, wir müssen Zimmer freischalten. Oh, dann sollten wir mal ein Zimmer für den Mammel. Oder haben wir ein Gold? Ja, ich habe fast ein Gold. Ich war ein Drift des Silber. Was machst du? Oh, das ist natürlich sehr produktiv. Ja. Das ist woanders runterbauen. Ich hätte auch mal so meinen. Da kann ich dir nur zustimmen. Los geht's. Dann fehlt mir eine Truhe. Ich will eine Truhe. Wieder nach links. Oh, nein, links. Achso, deswegen. Was? Was? Trinken. Goldfisch. Goldfisch. Typ. Du kannst höher springen als ich. Oh, Typ. Aber du scheiße bist. Du musst Leertasse gedrückt halten. Ja, ach echt. Moment, was habe ich denn so bei, Alice? 5% erhöhtes Bewegungstempo. 1% Nahkampstempo. Und schon die Schubspikes. Haben wir schon mal getraten. Aber die bringen jetzt schon. Okay, schon. Alter, mach nicht über Wasser. Was habe ich denn bei, Alice? Einfach nur erhöhtes Bewegungstempo. Ich gucke mal hier und du guckst mal da unten. Äh, bist du. So, du guckst hier und dann geht's. Wie war das eigentlich für den Truhen weg? Wer, wer bekam die nächste? Gezogen Truhe. Ja, mal abwechseln, also egal welche Truhe. Außer die Holzkisten. Die Holzkisten fängt nicht. Nein, das meine ich ja nicht. Das meine ich ja nicht. Welche Truhen sind? Ja, wer hat denn das letzte Mal die bekommen? Ja, du. Normalerweise. Ja, eigentlich. Wow. Eigentlich, dass du. Falls wir eine finden, müssen wir jetzt mal eine Aufnahme gucken. Ja, oder? Du machst halt eine Aufnahme, halt. Weiß nämlich auch nicht mehr so genau. Ja, ich meine, du wärst es gewesen. Ich bin echt nicht. Weil ich habe sehr wenig Items, oder? Das ist ja kein Outraider. Ist so. Ich habe auch... Was haben wir hier? Oh, weitergehen. Oh, ne. Nach rechts. Du hast ja nicht ganz so viel zu tun. Boah, Zerf-Wall hat so einen Hammer, also zwei auf einmal. So, doch, 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 doch. Ja, kannst du jetzt nach unten buddeln. Ja, kann ich ja auch jetzt schon, aber das ist, äh, ne? Oh, jo. Gar nicht fair. Das ist unfair. Oh, ne, wir waren auch richtig, ja. Und wir kommen jetzt wieder nach oben, wir haben gar nicht dieses eine alte. Warum buddeln wir eigentlich mit Spitzhacken? Und wie sollen wir wieder nach oben kommen? Wir müssen sterben und so. Oder wir finden den magischen Spiegel. Ja, wir müssen aber erstmal fehlen. Ja, dann kommt einer von uns nach oben, hey. Ihr habt den eigentlich schon total früh schon bekommen, ne? Das war für nie ein Problem. Ja, ja, der kommt, der kommt, der kommt. Ey, mein Strahlentrank hat nachgelassen. Fick dich. Ach so, nein, wo bist du jetzt hin? Wo bin ich hin? Ich meine, er hält noch zwei Minuten. Sag mal, was leuchten denn da unten? Wie heißt das Ding nochmal? Irgendeine Wurzel oder was? Qualle. Leuchtwurzel. Saat. Saat. Wie will ich Saat? Salat. Was ist denn hier? Ah, Tanktugesten. Tugasten. Was ist Tankgänz? Ja. Stainert, Kördiners und Tankdengzen. Und Tanker. Tanker tanzen. Komm, stell, sonst wird es zu tief und du tust dir weh. Ahn. Ah. Oh, sorry, jetzt kommen wir jetzt. Hey, was ist das Ding? Ab, Mann. Lol, unter uns voll viel. Für die Höhle, Mann. Hallo. Einzwei Ärzte ist das Wichtigste hier in dem Spiel. Hallo. Boah, nja. Ja. Alter, was liegt da? Ein Lehmblock. Oh, ein Lehmblock. So, unter uns war noch was. Die kennen wir ja, Rezaigün. Wo ist er wieder? Oh, ich will an die Kiste. Ich will an die Kiste. Was kann ich an die Kiste, Alter? Ich will an die Warte. Wo lebst du? Also, ich will. Ich lebe. Jetzt in dem Moment. Du musst deinen Moment leben. YOLO. You only live 21. Ganz. Ein Sei war da drin. Ja. Rope. Jetzt kann ich Rope Spring machen. Es gibt sich einen zweiten Teil davon, ne? Yeah, yeah, yeah. Yeah, kann ich mir downloaden. Wir haben gerade ein Tutorial geguckt, wie man den anmalt. Ey, wie man anmalt, ich meine wie man den malt, so. Wie man den malt, das ist doch... Ja, das ist total einfach, ich weiß. Aber das wollen wir jetzt einfach nur mal gucken. Nee, nee, finde ich nicht in Ordnung. Nee, 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 nee. Das schlag nämlich jetzt gerade professionell an, immerits in der Zeit zu zeichnet. Besser jetzt als nie, dachte ich mir. Besser jetzt als morgen. Ja, ist ja. Wir nehmen mein Loch, damit das klar ist. Nein. Alter, du bist zu viel und weiter. Du bist so schlecht. Jetzt bin ich viel weiter, Schwedert Trotz ist das mein Loch Alter, ein roter Moment Stopp Diep Oh, was steht denn Alter, ist das Ah Alter, Alter Ah Wie gebe das denn, ey Ey, Kupfer, 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 Kupfer Interpretationssache, ne? Das ist so Prostitutionssache Muss ich im Wasser reinlaufen lassen Ich muss mir in nächster Zeit auch mehr malen Musst du das? Ja, musst du das? Ja, ich muss, das ist gut Kommst du nach Hause halt mit einer Nackenschelle, Alter Nackenschelle? Fette Nackenschelle Weißt du, Nackenklatscher? Nackenschelle Schellt richtig so laut, wie das? 5 10 10 10 7 9 10 10 00 Oh, das war richtig spinnend So, ganz vorsichtig Ganz liebvoll Rüberraun Hast du eigentlich gesehen, das Bild, das du geschickt hattest? Ah, ich glaube, das Farbe kann mich schon daran erinnern, dass es unwitzig war Der Kapitel findet das lustig Wer? Was? Wer findet das lustig? Sogar Peter findet das lustig Das war auch mal so ein Bild von Pizza wie der Peter Das ist so geil, man Also einfach so eingefügt halt, ne, wo eigentlich Peter lustig ist Hat nur der Kopf dann Oh, Rubine Ja, einer von uns muss die nur haben, weil man so aus den Zauberstab basteln kann Wenn man dann... Letzt mal, du Ja, man Ich werde Zauberer ab Oh, Leute, wo sind wir denn hier? Ja, wo sind wir denn hier? Ja, ja Weiß mal schön, alles ausleuchten Hast du LSD? Ja, alles sehr schön Schön, wunderschön Nimm jetzt alle LSD, das ist gesund Oh, das ist doch alles Hmm So... Wenn ich jetzt ein Seil wäre, wo kommt dann der Ormdorm? Dom-Dom Oh Nö, du willst doch keinen Bonbon Oh egal Oh egal, Pirkotet trotzdem Nö Wir sind Wurm, was macht der Wurm hier? Oh, weil ich Türke bin Tanks denn? Sie andauernd nur hier was da drin ist Wird gerne wissen, was Tanks denn auf deutsch heißt Oder ist das deutsch? Tungsten? Nee, das glaub ich ja nicht Nee, das heißt ja auch Tanks denn Ohr Ohr heißt ja Erz Ein Ohr? Was? Nee, ist einfach ein Ohr Hallo! Ich mach immer rechts Ich bin immer rechts Beim letzten hast du immer rechts gemacht, jetzt mach ich immer rechts Oh nee Oh nee Oh Es ist so dunkel hier drin und feucht Kannst du nicht hören, es ist so dunkel hier drin Eine Sekunde kurz, warte, warte, eine Sekunde kurz Hat er nicht gesagt Okay, weil, weil, tschuldigung Ich hab nämlich die Tage eine Minecraft Aufnahme gemacht Die war total geil, Survival Game War ich im Finale und dann haben wieder meine Leute Mein Dreierteam zu mir und dann bin ich voll ausgetickt Aber dann hab ich gemerkt, weil ich Frapes neu installieren musste Weil die auf einmal meinen installieren mich neu Das auf einmal mein Mikrofon nicht ausgewählt war Weil es sofort ausgewählt war Habst du nicht gerade? Nee Ich bin Nemo Ich bin schon raus Ich bin immer die, immer die, immer die, immer die, immer die, immer diese ganzen Kinder Alter, immer ins Ziel live Guck mal da ist ein Nemo! Nein, das ist ein Clown-Fisch Okay Was ist schon du? Nein Als ob ich in C, als ob ich Nemo gucke Was? Jeder hat Nemo geguckt Obwohl das FindetNemo heißt FindetNemo2, FindetDori Ach! Find doch mal die Fotos Wahrscheinlich verirrt die sich Hallo! Hallo! Ist die weg Hat die mit dem Gedächtnis schont, alter Habt ihr in die Tür gelaufen, du? Äh, unter Wasser? Die hat, die hat als... Woher kommt die Tür jetzt schon wieder? Seh nix! Hilfe! Dann mach's Licht an Ey, mach's Licht aus Da unten ist grad irgendwas langgelaufen Haha, was ist das da unten? Ein Skelett oder was? Ja, ein Skelett Schickt aus! Ey, was war denn? Warum haben die ja nix für einen Schaden gekriegt? Näääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää Hau und ne Boddel vollrum Komm ey, ich komm immer noch nicht durch Petführer! So F*** hab ich ja mit ihm Was ist hier unten noch? Da unten leuchtet irgendwas rotes Ach, ich glaub das ist ein HP-Stein wieder Guck mal hier Das ist sowieso deiner Was ist denn das jetzt für eine Aussage, ey? Aber war das deiner? Na, das ist gar nicht Na, das war das richtig Also das sollte man mitnehmen Ich sag's natürlich nicht warum, aber das werden wir später mal gebrauchen Die Schläckblöcke Hier Da oben kommt was Hä? Ääääh... Schokolone Alter denk ich mal... Äääh... Jetzt hab ich dich gesehen Jetzt bist du Mia Was? Jetzt bist du Mia? Jetzt bist du in Mia Jetzt bist- jetzt bist du in Mia Ey das ist eklig Oh Gott, bis ich die Sticker dauert, das Jahre Wenn ich das abgebaut habe Hab ich einfach nur unter mir Hab ich vielleicht ne Bombe? Ne, hab ich auch nicht Ja, die brauchen wir unbedingt Hat der Hurensohn nicht Bomben? Ne, 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 nur der Sprengmeister, ne? So ein Zwerg So ein Hurensohn Apropos Zwerg, ich wollte noch Herr der Ringe gucken Ich bin der Yandalf Ich bin der Yandalf Und dann gucke ich zum ersten Mal Herr der Ringe, Mann Zuerst der Hobbit geguckt, jetzt Herr der Ringe Doch eigentlich die richtige Reihenfolge Im Prinzip Ja Genauso wie Starwurst Der Ringe, der Ringe, Dinge Oh, nee Alter, ich bin nicht tot Alter, wie viel HP hab ich? Loh, ich bin in Wasser gelandet, deswegen Zifft doch mal, Alter Alter, ich stelle mir nur eine scheiß Fledermaus oder was? Ich brauche mich hier neben dir Alter Ey, hier ist reichlich Platz und ich sehe gerade, dass hier ein Kristall ist Oder was das ist? Ne, ein Topaz war es nur Topaz ist sowieso ein Kristall Hä, was ist das denn? Ich dachte, das wäre so ein Herzding Was ist das? Einfach nur ein Leuchtstein Roter Leuchtstein einfach nur Ja, ich bin der Roter Leuchtstein Ich leuchte Ich hab drei Bomben jetzt Oh, nee Oder kommt was? Was? Du kannst durch deine Granate sterben, ne? Ich hab aber keine geworfen, das ist ja die Sache Ich hab Bomben Nein, ich hab noch alle drei Sind alle noch in meinem Inbieter Ich hab, ich hab die Ich hab ein Schwert ausgewählt What the fuck Aber irgendwas ist da explodiert gerade Irgendeine Falle oder so Komm her, du Arschloch So Wir müssen, aua Oh, guck mal oben Guck mal oben nach einer Höhle Ich lass mich jetzt einfach sterben Oder baue oben mal Genau, baue oben schon mal den Raum hin Für den Penner What the fuck, Alter Explodiert einfach mal die Scheiß What the fuck Ohne Späß, ey Ohne Spassen Ohne Spassis Gehört's, baue mal bitte oben den Raum hin Nein, hab ich nicht gehört Kannst du bitte lauter rein Nee Dann schäme ich einfach lauter Das muss ich aber im Relief sagen Oh, das werde ich mal gucken Runtopf Guck mal, es gibt jetzt einige neue Sachen Rosa Vase Natürlich ist das total wichtig Die konnte, die konnte Gottverschneid immer machen Rosa, wirklich? Ich hoffe zu lügen, Mann Oh, du lügen, du Lügner Oh, du Lügners Alter, komm, verreckt euch nicht mal an Aids Wenn er keinen Bock hat Was finde ich hier dazu? Nadel mit Aids Äh Mensch, mach die ganzen Barren gerade Die Narren Narrenbarren Besten Reime ever Ein Ring sie zu schmiegen Oder sie zu knechten Oder sie zu ficken Topaz Alter, wie sehe ich denn jetzt aus mit dem Helm, Alter Das geht ja mal gar nicht Der letzte Zabel überhaupt Der letzte Zabel Aber dieses Spiel trifft die Leute echt gut Oh, ich brauche eine bessere Spitzhacke, Alter Ohne Spass Was ist mit Spass? Alter, ich baue voll keine Äh, was hab ich denn jetzt hier Eine Kupferspitzhacke habe ich noch Oh, die ist total billige, ne? Ja, die hast du von Anfang an Aber die hat, äh Die hat 5-3% Spitzhackenkraft und 12% Größe und alles Haben wir noch eine gebaut gehabt, oder was? Nee Nö Später haben wir zwar 100% Ja, ich hab eine Bombe Ja, ich hab eine Bombe Boi, 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 boi Weil der alte Helm, der geht gar nicht Da unten muss es Wasser sein Oh, jetzt sehe ich ein bisschen besser aus, minimal Den Eldenhelm kannst du haben, da sieht du sowas von voll spastig aus Was ist denn das für ein... für... für einer? Äh, das ist ein ganz normaler Kopf für Helm Warum lebe ich noch? Nein! Ich sehe mal wieder nichts, weil ich wieder voller Aids bin Konnten wir doch eigentlich auch immer, äh, einen Eimer bauen? Meine Fret... ja... Scheiße, man... Immer diese Scheiß-Wasser fällt mir natürlich... Ah, einen Helm hast du ja schon, ne? Der bringt wahrscheinlich auch schon eine Rüstung... Von daher ist das unnötig Okay... Gar kein Stein... Doch, wo ist das Stein? Hat er es nicht gefunden? Wo ist das Stein, hä? Wo ist das Stein? Ein bisschen was hergestellt... Wie bringt die Spitzhacke? Ach komm, ich habe noch mehr... Neue Spitzhacke... Spitzhacke ist alles... Das habe ich mir ja auch gemacht... Alter, kann ich wegschmeißen... Ach, die ist ja noch besser... Dann mache ich mir direkt auch ein neues Schwert... Hast du auch eine Lead-Spitzhacke, ne? Alter, was fliegt hier hin? Oder was habe ich für eine Spitzhacke jetzt? Scheiße, man! Hast du mir gerade irgendwas gegeben? Ja, wollte ich nicht... Halt, ich weiß ja... Leads, Spitzhacke, ja doch... Nein! TUNKSTEN hast du mir gegeben! Noch was Besseres... TUNKSTEN, ja... Die hat eine Spitzkraft... Was sind TUNKSTEN-Erze? Ach, habe ich auch... Vier Stück nur... Ach, TUNKSTEN! Das war doch das, genau... Wo du dich abwohnen lassen wolltest... Unten tun wir mal alle... Ähm... Erze rein... In diese eine Truhe... Müssen wir sowieso noch ein Lager bauen... Schnell stapeln! Weißt du was wichtig ist, was wir total vergessen haben? Und wir nennen... Erztruhe, ja... Ja, weißt du, okay... Nein! Was denn? Ja, äh... Einen Haken... Hatten wir total früher eigentlich schon... Immer gehabt... Ja... Aber wir... Aber wir müssen... Wir müssen den finden... Nein, wir könnten eigentlich selber craften... Der ist in der Truhe... Nein, der ist in der Truhe... Nein, der ist in der Truhe... Nein, der ist in der Truhe... Nein... Ich würde das gerne googeln... Aber dann ist wieder das ganze... Ich brauche unbedingt einen zweiten Monitor... Warte mal... Ich muss kurz mal ein... Ipad von Apple... Von Apple... Holen... Power Placement... Von Apple kaufen... Und nebenbei... Weiße Frero Küsschen von der Firma Frero Küsschen... Käse essen... Ah... Aha... Mhm... Ups... Wie, ist man... Wie, ist man... Wie, ist man... Terraria? Äh... wo ist denn... Haben wir gar kein Werk... Ja, gar keine Werkbank hier irgendwo stehen?! Mhm... Äh... wo ist denn... Doch unten! Oder, Moment... LOL! Irgendwo haben wir ne Bergbank stehen Doch ja Genau davor oder was Haben wir nen scheiß Schmetterling drin ey Da ist noch nicht alles rein was draussen ist Reifhaken brauchen wir Reifhaken Reifhaken Wie kann man eigentlich finden? Eisenketten und ein Haken Den Haken muss man finden Die Haken Man muss Vasen zerstören Zombies oder Sklette Oder eben tun Seh 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 Äh 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 Machst du jetzt? Hörb's jetzt erstmal Hier kann eh noch keiner wohnen Ist wenig Platz Das heißt ich muss noch ne Etage machen Ähm Da fragt er noch einen Aids Hab mir die Tür zu Ja Da kommt das Auge Ähm Gegen der Sauron So ranne Halt komm her Halt steh wieder Blecken Wann ich treff dich nicht Oh doch ist es da hin Holen so Musik Hallo, 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 hallo Hallo, hallo, hallo Jj. mach du das schonmal hier Stühl und Tisch und so Und so Bist dich unproduktiv heute Komm her, ich bin kaputt! Alter, gibt's jetzt neue Augen oder was? Sind's alle schönen Farben doch! Nee, die gab's schon immer! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Ganz wichtig, erstmal ausrasten! Was sagen sie dazu? Let's... Let's make this fun, ne? So, ich boh meine, ich kaufe eine neue Pfanne! Oh, was soll ich auch kommen, du Fröbel? Zombie mit einem Goldfisch, ja man! Ich beschütze unsere Basis! Ich schaue die Stiloxy nur an! Komm her! Achso, den kann ich ja weg tun, dann kann ich nämlich hier eintreten erstmal! Komm schon rein! Ey, die sind immer diese behinderten Türen! Nehmen wir jetzt diese Tür an! Du keine öffnen kannst! Komm her! So, zwei Stühle müssen in dem Raum sein! Oh! Ich vergespielt, man! Hast du Türen gebaut? Ja! Okay! So, und jetzt muss es nicht mehr lange dauern, dann wird der Penner hier einziehen! Sehr schön gebaut! Das ist total gut, weil wir jetzt hier so früh anfangen! Wäre schon ein bisschen verurteilhaft! Noch eine Etage! Dann können wir auch besser unten überleben! Das ist, glaube ich, eine Etage zu hoch, was ich gerade gemacht habe! Deine Mutter ist in der Etage zu hoch! Oh, was machst du hier? Du bist zu weit in der Etage zu hoch! Oh, Entschuldigung! Ja! Oh, nicht mehr! Oh, das wird ja so viel dünn! Oh, es ist nicht mehr da! Oh! Dann kisch ich eben aus der Ferne. Struiking Action! Jetzt hatten wir ja einen Bug bei... Ne, jetzt können wir ja erst erzählen, wenn wir beim Boss sind. Auf jeden Fall ist da der Guide gestorben. Also der Typ, der Spasti und ist einfach nicht respawned. Und wir brauchten unbedingt seine Hilfe. Wir müssen ein bisschen auf Trimmeljagd gehen, sowieso. Weil die die Haken droppen. Echt? Krass. Die Haken! Aber ich würde sowieso, glaube ich, erstmal einen Cut setzen. Weil ich glaube ich schon genug ist. Irgendwelche mit ihren Geräusch dran waren. Wie so ein Hurensohn. Bis wann geht eigentlich noch Rapid Fire? 14. Ich weiß, dass Darten wir nichts sagen. Okay, drei Tage. Komm schon, komm runter. Wann muss ich jetzt mit Sturikens abwerfen? Ich hätte Linse bekommen. Und nicht die in den Suppen. Und geht auch mal. Gut, deswegen würde ich erstmal einen Cut setzen. Und sagen, vielen auf den Suchschauen. Bis zum nächsten Mal bei eurem Triple D. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.